der der kirche in der kirche ja ich glaube oben ist hat einer gelaufen innen drin ich bin mir nicht sicher ja im fenster treffer headshot glaube ich ja total headshot ist egal ob wenn du an den treffer gelandet hast dann ist er tot weil ich aber auch an den treffer gelandet ja gut gut dann rein da oder und pushen ich check halt links dass hier nicht noch einer sitzt aber wahrscheinlich ist er dann auch in der kirche hier mal deckung rechts südost bei der ruine da irgendwo hier treffer tot nice very nice okay slauter ja okay vielleicht wollte ich auch zu kämpfen alter siehst du dass er hier sitzt was hier stuppi weg stumm stumm sitzt hier irgendwie so komisch ohne Bein bei mir ist er hier bei mir sitzt es auf dem zaun ohne Bein aber wieder oben irgendwie die ganzen leeches drinnen liegen ja 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 und vor allem dann der fette klumpen Bein ne ja okay dann lass mal slaughter oder was ne ich brauch diesen bounty diesen spotted bonus ja hast den zweiten schon gelootet äh nö der ist ja angebahnt gewesen achso ja den meine ich hast du den da draußen noch nicht gelootet was hatte der Cordray und Pex also Rival und Pex so hä hier ist ein Hunter Hunter hab beide okay easy wow what the flying fuck das kannst du mir doch nicht erzählen dass die hier einfach sich hinsetzen das kannst du dir doch nicht ausdenken ich dachte noch was raschelt denn hier am 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 Typen ja ja noch mehr noch mehr bei healing ja lass mal rausziehen hier aus dem Horrorkabinett einfach rausziehen das war der einfachste squad wipe ever warte ich muss kurz hier die Bornheim aufnehmen für Muni ja perfekt okay und raus hier let's go die kommen oder oder laufen die im Kompon ne die kommen ja schwierig zu sagen komm zu mir hier hier ich habe einen gut wäre gut wenn du mal king würdest damit ich auch sehe wo der ist boah der ist neben mir hat er einfach weggekämpft sich mit der Swarm mit der Handcannon ist da im Büsch im Gebüsch pass auf hilft was lol der hat die kleine abgesiegte als neben als äh Sidearm ja ich weiß ja nicht wo sein mate liegt ne also keine Ahnung im Wasser im Wasser im Wasser da links war er gleich grad ganz kurz der ist oben drauf pass auf ich würde die Distanz erhöhen da oben nice boah das war knapp ne ne überhaupt nicht das hauptproblem ist kommt jetzt hier noch ok ne uuh uuh ne auf 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 die